hallo zusammen ich bin die du westhoff ich bin hier im tierpark hagenbeck und er ist komplett leer was natürlich sehr schade ist wegen unserer corona pandemie und ich zeige euch ein bisschen wie schön der tierpark ist wir haben einen fantastischen anfänglichen frühling und schaut mal das wetter an und wir gehen jetzt einmal durch den tierpark und ich fliege auch noch ein bisschen mit meiner drohne da könnt ihr dann sehen wie das von oben aussieht kommt mal mit und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020